So, meine Freunde und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Runde Rainbow Six Siege. Ich und Nils mal eine kleine Challenge. Wer macht die meisten Kills? 1, 2, 3, Abfahrt. Äh, Nils, weißt du, dass ein neuer Sniper kommt jetzt? Es kommt noch eine Sniper, alte, die ist halt darauf spezialisiert, Gadgets kaputt zu schießen. IQ. Nein. Irgendwie schon, keine Ahnung. Aber die kann ja auch durch die Fenster schießen, zum Beispiel. Das heißt, du kannst dich mit Glass und Titan hinstellen und einfach durch die Fenster schneiden. Boah, das wird verwehrt. Ja, das wird richtig verwehrt. Ja, der ist doch stärker. Vor allem wurde die Feuerrate wieder erhöht. Aber ich freue mich auf den Verteidiger, wa? Der Verteidiger wird... Ja, der hat so ein Gerät, das hält alles so auf. Granaten, Pfeile, bla bla bla, alles mögliche. Ja, aber du kannst das überall hinschmeißen, dann hat eine viel größere Reichweite. Ja, das ist Jäger useless. Nein, du kannst den Jäger noch dazunehmen. Dann fixst du halt Fuse komplett. Unten. Ich hoffe, die sind unten. Sind die unten? Ja. Alter, was denn Scheiß? Ja, dir gehört mein Herz. Okay, ich spawne auf der anderen Seite. Ich spawne hier und hoffe, dass ich gespawnt peaked werde und ein, zwei weg holen kann. Letzter Spook. Also, einer hat 193er Ping. Okay, die kommt safe raus. Ich habe immer noch die MG. Okay. Kannst du mich gleich mal vielleicht daran erinnern, die Scheiß-MG wegzupacken? Ja. Fuck. Push, Lukas, push. Warte, warte, warte. Ich bin am Drohnen. Also, ich glaube, hier ist sauber. Scheiße, ich habe keine Falle. Ich bin am Drohnen. Nein, Alter. Zwei für mich. Fuck, GG. Nee, die ist einfach COD. Nee, die ist einfach COD. Okay, zwei für mich. Personalbereich, was ist das? Ist das unten? Ist nicht das mit dem Bett, oder? Nee, das ist, glaube ich, das dahinter. Alter, wir spielen seit drei Jahren Rainbow oder so, Alter. Kennt immer noch nicht die Mainmaps. Oder Vigil? Vigil, Vigil ist weg. Jetzt nicht Mira, Bruder. Doch. Ich wünsche mein Kleidraum. Ja, ist das hinter Dings. Ich krieg's ne Cam jetzt, ja. Cam ist draußen. Hä, Cam ist zu... Nee, doch nicht. Dann können wir 97 definitionen, ja. 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 Ich glaube, die kommen hier rein. Siehst du was, Nils? Nein. Nicht erschrecken, ich bin dir hinter dir. Lohne mal eine Runde Camps. Claire steht immer nur draußen, der Wichser. Scheiße. Das Gebiet Scanner. Fuck! Naja, Claire ist von draußen. Jetzt, die kommen komplett von der anderen Seite. Also ganz locker zwei Wecke und da im Flur war einer. Aber Claire ist hat mich von links geholt, da musst du auffassen. Die Gegner sichern den Bio-Gefahren. Also, jetzt versucht zwei wegzuhalten. Extra dann raus, serve safe. Alter, ich bin einfach in Dropper runtergefallen. Alter, das muss ich aufholen. Weißt du, wir kriegen auch so einen verkackten, so eine verkackte Map. Ey, wenn jemand das nimmt außer mir, dann kicken wir den. Kicken wir back, kicken wir back, kicken wir back, kicken wir back. Warum? Ich weiß nicht, einfach so. Warum machen wir das? Nur weil der 00 steht. Du stehst auch 00. Nils! Aha, das ist ja jetzt wieder witzig. Oh Mann, du Unterwünsche. Vor allem laden wir jetzt sieben Stunden. Die neuen kriegen, der steht auch 00. Falkling? Was ist Griefing? Ähm. Ach so Griefing, wenn man Gadgets kaputt macht, so. Keine Ahnung. Ja, einfach Wichser sind. Mach mal Werbung für meinen Kanal jetzt. Sag nicht, dass hab ich euch... Nein, geh nicht ins Spielwerk, du sagst nur, dass hab ich euch schießen. Im nachfolgenden Rennung verschiebt ich mich in zwei Stunden. Ja. Ich bin nicht mal gespannt. Leute, ich bin auf dem Flugzeug um uns auch. Und ist er? Ja. Doch und. Nein, Alter, mach keinen Scheiß. Wo sind die? Da wo jemand. Ja, gar nicht. Schlafraum. Ähm. Frost aufpassen. Untertitelung im Auftrag von Funk Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das war definitiv extra. Ja, ist das ein Nutsch? Ja, fuck, ey. Oh, knapp. Alter, was ist, Lukas? Guck mal bei mir, was ist dieses gelbe Teil da? Ich bin chillt. Nein, guck mal, dass sich aufgeht. Achso, sonst kannst du durch Schneebel gucken. Alter, der hat mich gefickt. Meine Rolle. Ja. Ja. Na, Bixer. Der ist so scheiße. Der ist auch tot. Voll, die Tür, ey. Doch immer mit diesen Laserpointer. Kannst heute recht sagen, schieß mir in die Fresse. Die größten Wichser, die in ein Match reinkommen, einruhen von dir und gehen. Sommer, Lukas. Ah, fuck, da kommen wir jetzt noch. Lass mal, ach, hier kann keiner rausschmeißen. Der hat 9,995 Finger. Das ist einfach kurz vor zwei. Ja. Ich versuche, auf 31er mit Capcom-Klitz in einem Hotel. Ich sponf mich jetzt. Ich bin der Einzige in dem Team, der irgendwas gemacht hat. Ich bin der Einzige in dem Team, der irgendwas gemacht hat. Jetzt nicht mal den Capcom-Klitz in einem Team, der irgendwas gemacht hat. Wär schon richtig auszuladen, ja. hier sind zwei ich mache eine nein nur verletzt jetzt liegt ein verletzer das wäre deine chance gewesen hau ab du wirst hier nicht hau ab unten links mal noch ein gegner mach dir sogar cams unten ist schon action langer flur könntest du hinterlaufen in die richtung wo dein teammate guckt nein alter ich wollte ich wusste es hier werden jeder regelt dann schon eine chance hm da kommt ein schädel alter ich kriege die ganzen assist mein runde die letzte runde entscheidet sag mal